Yo Leute, was geht? Ich hoffe, ihr habt einen wunderschönen Tag. Ich wurde gebeten, ob ich mir nicht mal Dinge anschauen kann von Salty Timo, die Iron League. Seine Iron League Highlights, das ist ein Twitch-Kanal. Und schauen wir jetzt auch mittlerweile einen YouTube-Kanal, der sich nur giga-heartstack-Iron-Games ansieht. Und davon gibt es ein Highlight. Da dachte ich mir, komm, wenn mir eh einer reingeschrieben hat, schau es dir mal an. Warum machen wir nicht noch gleich ein Reaction-Video draus? Nicht wundern, Leute, in dem Video ist Musik dabei, bla, ich muss es muten, Copyright, dies, das, ananas. Man hört eh keine In-Game-Sounds, von daher lege ich einfach meine Musik drunter oder irgendwie sowas. Und ja, Leute, ich bin da mal gespannt, was für Highlights wir hier in der Iron League haben. Und ich würde sagen, schauen wir einfach mal rein, bevor wir das aber tun, Leute, auf ihren Bruder-Basis nochmal ein Like da lassen. Wisst ihr Bescheid, Leute. Ich packe den Link unten in die Beschreibung rein. Ihr könnt den Kanal auch abonnieren. Like da lassen, wäre auch korrekt. Ist halt einfach so, ne? Okay, dann gucken wir uns das einfach mal an. Oh, nice, Leute, der Pike. Er hat wohl vergessen, dass er nicht Blitzcrank ist. Warte, resetet er? Oh, oh, hä? Warum laufen die weg? Okay, okay, Leute, er hat ein Reset. Der Yi geht die auch nochmal ran. Warte, hä? Ne, warte, warte. Müsst ihr da nicht resetten? Doch jetzt! Oh mein Gott. Also der Yi hat wenigstens mal gut gedacht. Und wer kriegt den? Oh, Jax kriegt den Scheiß, Leute. Er ist Level 2. Der Yi flasht. Er flasht in die gegnerische Base. Oh mein Gott. Okay, okay. Okay, oh. Schöner Knock-Up vom Rakan. Geht aber wohl nicht weiter, Leute. Er hat irgendeinen ready. Vielleicht hat er versucht, den Ezreal irgendwie tot zu klatschen. I don't know. Moment. 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 What? Okay. Da kann geht rein. Alles chilly. Ich muss sagen, nur mehr Wegsrichtig. Das haben wir jetzt dabei. Why? Like. Er muss gefettfigert haben. Oh, warte. Das geht sogar noch weiter. Okay. War welch gegen den Amumu? Der Warwick. Also. Der 4 von Warwick ist geprockt. Dadurch hat er den Amumu von der Ulti weggeführt. Warte mal. Sind das andere Clips? Oder sind das... Achso, das sind andere Clips. Achso. Ich bin behindert. Nein. Sie geht nicht an der Pflanze vorbei. Alter. Das ist jetzt eher traurig. Okay. Hä? Ey, Leute. Ganz ehrlich. Sowas kann echt mal passieren. Das... Das hört sich vielleicht behindert an. Mir ist das auch, dass da bei einer Fragezeichen winkt, ne? Oh, und wird gefeiert. Der Shen ist in drei Leuten drinne. Wird denn der Flash gleich irgendwie an der Stelle oder so? Leute, wenn die wieder an der Stelle flashen... Das wird langsam echt... Boring. Das geht ab. Okay, Shen ist tot. Morgana Flash. Das Binding. Der Prediction weint. Jetzt geht er bestimmt zum Shadow wieder zurück und stirbt. Leute, ich hab schon... Ich hab mich schon so oft Iron Games angesehen. Ich kann mir schon meistens denken, was passiert. Und zwar nicht alles, aber meistens. Okay, es wird irgendwas sehr Blödes passieren. Ich weiß nicht, was, Leute. Aber es wird irgendwas sehr Blödes passieren. Nico geht rein. Stunt den Jin. Ich bin der aber leider nicht tot, Leute. Der überlebt uns noch ganz kurz. Da. Hä? Also. Ich meine... Nein. Der war okay. Der war okay. Also, weiß ich nicht. Ich hab vielleicht irgendwie alle Timo-Schwumse rein. Nee, warte. Wir sehen die Schwumse, ne? Jetzt kickt den weg. Jetzt kickt... Leute, ich... Soll ich sagen, was ich glaube? Es müssten nur noch... Es müssten richtig kranke Clips passieren, dass ich darüber nur noch joken kann. Ey, mach deine Weh aus! Mach deine Weh aus! Heilige Scheiße, Mann. Nein! Okay. Okay, komm. Der war wirklich gut. Der war wirklich, wirklich gut. Ey, das könnte jeder L9-Spieler sein. Kuh verkacken und aus Zilt. Hä? Kommt der noch raus? Nee, oder? Nee, der ist tot. Okay. Oh, komm, Leute. Das war wirklich gut von Blitzcrank. Das war wirklich, wirklich gut von ihm. Wow. Die klappen sich einfach nur beide. Es wird wieder irgendein Kack-Flash kommen, Leute. Oder Poppy? Nee, bin ich nicht Poppy-Ulti. Klappen-Blöder-Flash. Es sind immer Flashes, die blö... Nein! Nein! Und jetzt greenen sie bestimmt gleich für den Ash-Kill, weil sie gleich... Die killt die nicht, oder? Ey. Oh mein... Okay, lass. Hä? Er ist geblundet. Er kann die nicht finden. Mal der Heat nochmal, um wegzukommen. Er ist geblundet, Leute. Der kommt da einfach nicht weg. Hä? Okay. So weiß ich nicht. Ey. Leute, jetzt mal ganz ehrlich, ne? Achso, das sind irgendwelche Brasilianer. Können wir über die Clips mega ablachen? Ich glaube, ich bin echt zu abgehärtet dafür. Er ist in der Dinges-Ulti geflasht. In der Morde-Ulti. Am Rand. Man kommt aber nicht raus. Ich glaube, Leute, meine Iron-Zeit ist um. Ey. Meine ist... Poppy? Poppy? Na, geht doch. Die Draven-Ulti-Tower. Da muss auch deine Ex da auf... Okay. Oh, Leute. Der Lee ist Level 4. Der ist Level 4. Hier. Der macht da Papierschaden, ne? Es kommt gleich bestimmt so eine... Er chaset unter Tower. Ich schwöre euch, Leute. Er wird ihn unter Tower chasen. Er will diesen Kill noch haben. Okay, nein. Aua, Alter. Aua, Alter. Ach so, okay. Bleib nicht, ist Level 12. Ich wollte schon gerade sagen. Nee. Nee, Leute. Das... 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 Jinx? Jinx? Nee, Leute. Okay. Beide Autotacken sich einfach nur. Fiora? Alter, der hat da auch so ein Barrier dabei. Der ist ja Galaxy Brain. Ob der Physis noch enden kann? LOL, Akali ist ins Hourglass gegangen. LOL, deswegen konnte er sie nicht töten. Okay. Es tut mir leid, Leute. Also, ich ging davon aus, weil das so ein Highlight ist, dass ich mega drauf abgehen werde oder so. Es gab ein paar gute Clips. Ja, ein paar Clips, wo ich echt gedacht habe, Alter, komm. Das war echt funny. Aber ich glaube, ich hatte zu viel davon. Ich glaube, ich hatte echt zu viel davon. Ich habe... Das meiste für mich ist schon so... So... Wie soll ich sagen? 0815 oder irgendwie sowas. I don't know, Leute. Aber nicht vergessen, Leute. Vielleicht ist das noch was für euch. Es gibt zwei Videos davon. Link zum Kanal ist unten in der Beschreibung. Lasst bei diesem Video auf jeden Fall ein Like da. Und ich würde sagen, ich bin da noch erstmal weg. Tschö, tschö. Hau dir rein. Und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.